blackberries müssen noch die gucken ob die hier irgendwo ist es gibt es gibt es noch einen mushroom finden einen braunen mushroom müssen wir noch finden so ja wir gucken mal hier nebenbei nach oben ob wir blauen mushroom finden braunen mushroom finden und eventuell den basket cape basket dingens finden was ist das hier ach so das ist die dingens hier irgendwo geht es hier lang irgendwo hier geht es hier lang hier geht es wo lang hier war ich noch nie wir haben den basket gefunden schön hier am laubeeren einsammeln war denn jetzt mal hier liegen lassen hier allein ist da haben wir es wohl gefunden für dich mal wieder nicht mal wieder quatsch fertig das war fertig so dich packen wir hier rein dich packen wir da rein hier kommst du und du haben wir noch einen bekommen oder haben wir den nicht richtig reingepackt ich brauche ich tatsächlich mal nicht ok 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 da fühlt er sich wohl gehe meine freunde nehmen wir jetzt machen erstmal noch ein paar davon zwei davon und zwei davon und machen quality spring klar packen wir jetzt leider gottes in die mitte ich kümmer pflücken das macht natürlich nur halb schlimm ok ja dann gehen wir direkt wieder in die mine ähm denn ich brauche das feierquartz ich möchte das feierquartz haben leute guck mal von hier hätte man es auch gesehen wenn man hier lang gegangen wäre außer müssen wir hier oben lang weil wir zu leines müssen auch wenn mal der ist oben ich wüsste zwar nicht wo der sonst sein sollte aber man weiß ja nie das wird wahrscheinlich im regen bei ihm im zelt sein ja hi mein basti thank you ja kein ding lieber bonusherz ja ich mag auch uns mehr perfekt genau so will ich das sehen was war das mäßige geräusche die einen komplett wahnsinnig machen so bitte ein feuerquartz das geht sogar klar damit kann ich arbeiten tatsächlich weiß ich gar nicht ob man die einfach so finden kann die essenzen also das feuerquartz ich habe jetzt gar nicht geguckt ob wir glück haben das werden wir gleich sehen je nachdem wie viel wir brauchen zum abbauen aber wir haben nicht so viel glück ne gar kein glück nicht so viel glück nicht so viel glück aber ist ja nicht schlimm dann sind wir halt nur wieder hier um ein bisschen ärzt zu holen ich gebe ja die geile musik los oh du bist da eingesperrt du bist hier alleine du bist hier alleine unterwegs das ist ja nur zu meinem vorteil alter komplett hier gegen armo ballern trotzdem fertig machen ah das macht mir meine defense runter eisenbarren oh das war ein crit das war ein zarter crit ah das war ein zarter crit den wir da gerade gegeben haben ey was bist du topaz nee kann nicht sein ruby bist du komm schon feuerquartz komm schon feuerquartz feuerquartz zeig was du kannst was du drauf hast essen müssen noch vier etagen machen das schaffen wir wahrscheinlich nicht ich suche doch nur feuerquartz ob da bar mit mir magma geonen zwei mal magma geonen ist auch okay es sind mehr geonen wir finden desto wir hast die chance dass wir aus den geonen ebenfalls was rausbekommen aber dann müssen wir eher die steine die hier zerkloppen war weil die geben nur magma geonen raus haben wir noch welche von ja mache ich eh kaputt wegen stein brauche ich nämlich ok hier habe ich jetzt auch nur mehr als stein ah ja wir haben auf jeden Fall kein glück wie man sieht ich hoffe dass wir jetzt ein bisschen mehr geonen finden ach manno kein glück heute ah anscheinend kommen wir auch woanders raus ok schon kritten kritt oh leute ey haben wir ein pech haben wir ein pech dass wir tatsächlich nicht die leiter finden ja nicht gießen oh ja blackberries essen ohne ende die geben gar nicht so viel energie hier sehe ich gerade egal ey hallo leiter meine gut wir haben pech alles klar damit komme ich klar aber ist ein bisschen gemein wenn wir die gar nicht finden na endlich wow hallo erze freut mich euch kennenzulernen 15 18 22 hier noch 3 drin ah ist noch gar ein mehr sogar einer mehr da kommt schon wieder eine fledermaus angetanzt schon wieder eine fledermaus stress da ist die leiter schön dass die hier wenigstens schon mal da ist radier fällt mir ok kommen wir her wahrscheinlich jo also ab die leiter nehmen und runter da haben wir feuer nein aua das tat so weh alter da war feuer quats und ich idiot aua und ich idiot wähl die scheiß Leute aus oh man ey wirklich so viel pech kann aber nur ich haben so viel pech kann auch einfach nur ich haben unfassbar unfassbar wir hätten einfach nur hinlaufen müssen und diese scheiß feuer quats einsam müssen und wir haben es nicht geschafft ey Leute könnt ihr euch das vorstellen nein diese dämlichkeit diese dämlichkeit ich bin aus mir zurückgelaufen und ich wollte eigentlich die blackberry essen und bin aus mir zurückgelaufen und dann hat er mich halt gefragt und ich dachte das ist die Frage ob ich essen will deswegen habe ich natürlich das obere angeklickt das ist natürlich direkt leave mine an meinem Glück alles klar perfekt danke danke spiel danke spiel finde ich super schön von dir finde ich sehr nett du hast meinen Traum erfüllt da habe ich nur wieder nicht sterben wäre witzig wenn ich jetzt noch sterben würde wäre da wahrscheinlich nicht so witzig keine Sorge würde ich auch nicht witzig finden deswegen mache ich es auch nicht sterbe nicht oh da kann ich aber ich habe mein Leben im Blick keine Sorge bin ernst das nehme ich tatsächlich noch mit wenn es schon mal rumliegt nicht wahr aber das war gemein ja komm daher repier äh Leiter gefunden ich habe da relativ schnell die Leiter gefunden muss ich sagen sind wir wieder auf der gleichen Höhe wie vorher auch ja aber hier lag die denn rum ne hier irgendwo lag die glaube ich ich weiß ich übertreibe gerade wieder ein bisschen tatsächlich aber tatsächlich wenn ich es noch schaffe den Weg zu finden ich mache jetzt bis zum Hype noch und wenn ich den Weg finde dann bin ich glücklich ich gebe es ja hier irgendwo auch direkt vielleicht wenn ich dich töte ich wollte ein bisschen Halt machen ja perfekt genau das wollte ich haben Obsidian Schwert ähm das war ich mir auf hier weg und zurück super also ich muss sagen das hat es relativ rausgerissen was ich in den letzten ich weiß nicht ob es in der letzten Folge war oder was ich auf jeden Fall was ich zuletzt gemacht habe das hat es ziemlich rausgerissen ähm denn es war ein großer Fehler dass ich da gestorben bin dafür hatten wir jetzt aber unfassbar großes Glück äh trotz dass wir eigentlich Pech hatten kamen dann tatsächlich die ähm Leitern doch noch relativ schnell tatsächlich ähm dass wir noch fix auf 90 kommen konnten und das geile Schwert absahnen können ich gucke mir das mal morgen mal an wie viel besser das ist sieht auf jeden Fall oh das ist richtig gut ähm hätten wir uns gar nicht das neue Schwert holen müssen aber sonst wären wir auch gar nicht bis dahin gekommen und ja das hat es finde ich gut das ähm macht mich tatsächlich ziemlich glücklich dass wir das geschafft haben der Hund schläft schon sollten wir eigentlich auch schon deswegen gehen wir jetzt ins Bett gucken wir mal was uns der morgige Tag so alles bringt wir haben 1200 Gold wieder gemacht und es ist der neue Töne noch 4 Tage ich denke aber ich werde noch bis zum Geburtstag machen von von ihr ich werde euch unbedingt herausfinden für wie viel Bonus wir ihr geben wie wir das an ihrem Tag machen eine Mail äh one week today we are holding the Stardew Valley fair in the town square one week from today okay it's the biggest event of the year drawing people from all across the country to our humble town if you'd like you can set up a grange display for the event just bring up to 9 items that best showcase your talent you will be judged on the quality in the vision of your displays mhm also es ist bald wieder eine Veranstaltung und das ähm ja wir sollen halt neun Sachen mitbringen die uns am besten darstellen und das ist relativ schwierig muss ich sagen neun Sachen die uns darstellen mhm schwierig schwierig so naja hab ich da auch aus den Reihen gemacht das war nicht meine Absicht dass ich das da reingemacht habe das wollte ich nicht nein das packe ich da rein das packe ich hier rein den würde ich jetzt nehmen so erstmal gibt es hier schöne Eggplants ich weiß gar nicht ob wir die schon hatten und die sind auch fertig geworden müssen wir auf jeden Fall noch welche kaufen hatten wir Eggplants schon ja hatten wir schon aber noch nicht den so Mais ist fertig geworden Mais wollten wir glaube ich auch noch kaufen war ich hab komplett vergessen so hab ich eigentlich gestern gegossen ja oder hab ich glaube ich ich weiß es nicht gut wir haben jetzt schon ziemlich viel die äh selber äh selber sich äh die die ja durch den Sprinkler halt quasi an Wasser bekommen das ist schon ziemlich gut tatsächlich nimmt mir das schon ein bisschen Arbeit ab finde ich hervorragend ähm ich würde es jetzt wahrscheinlich noch äh hier und da genauso machen ähm werde ich aber trotzdem so lassen in dem Radius das heißt ich werde einfach hier einzeln platzieren und hier einzeln platzieren obwohl das ist Schwachsinn äh ich muss kurz überlegen ähm wenn ich wenn ich doch wenn ich ja jetzt ja doch das ist Schwachsinn müsste denn hier ein Sinn machen damit sich das optimal macht das mach ich sogar auch dann mach ich die reiß ich die hier ab ähm und lass sie dann so das ist gut das heißt Gold äh zweimal Quarz so die Wege kommen weg obwohl die Wege kann ich ja gleich benutzen um die da oben hin zu packen haben wir nicht noch Wege schwören können wir noch irgendwo Wege aber sieht nicht so aus so die sollen nämlich nach oben führen sieht schöner aus wenn die nach oben führen ihr könnt raus die füttern wir wieder schön mit Dingens die Sprache ist draußen leider nix nix zu bekommen hier so ich habe gelesen dass das hier ziemlich nix bringt das ist nur Kosmetik der Napf also die sterben jetzt nicht der Hund stirbt jetzt nicht deswegen weil ich die nicht fütter aber muss ja trotzdem nicht sein äh so ok wir holen also wieder acht grüne und ähm bisschen Mais zwölf Mais wahrscheinlich ja ich putze mal ganz kurz die Nase also gleich oh es ist Dienstag müssen wir wieder mit Abigail mal reden hoffentlich ist sie noch zu Hause gucken wir uns auf jeden wieder eine Quest haben yo ripe jem Abigail bist du zufälligerweise zu Hause immer das oberste Ziel ist Abigail ja sehr schön I try to help out in the shop on most days alles klar das haben wir schon mal gehabt sie versucht relativ oft zum Shop auszuhelfen aber das schafft sie nicht so sehr ähm ich putze mir kurz die Nase Sekunde so so also acht davon oh zwölf davon und den Rest hier rennen ok doch was wollen die hier alle ähm gibt es hier irgendwie Großparty oder was ist hier Großparty angesagt ist ja unfassbar hier ok 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 ich hab mal schon ich hab mal schon meine brauchen wir noch Mushroom vier Tage nach Abigail Geburtstag vier Tage noch zwei mehr so passt auf ähm oh ja naja also vier wird erstmal sechs und dann hier nochmal zwölf überschneiden sich ein bisschen mit dem Weg guck mal dann machen wir die hier zusammen der ist doch gar nicht so schlecht aus äh ein bisschen zu wenig geholt ach wir sollten ja 18 holen ach das ist ja blöd das ist ja blöd hab ich nicht dran gedacht hab ich zu wenig geholt egal so zwei Gold zwei Kupfer nee zwei Eisen drei m Vielen Dank.